Mein Name ist Oliver Bover, ich bin Referent für Lehrerfortbildung im Zentrum für Medien des Landesinstituts für Schule und habe in den letzten Jahren viel Bring Your Own Device erprobt in Pilotprojekten und da haben wir uns immer so etwas wie eine Lernplattform gewünscht. Und wir haben gemerkt, dass das eine existenzielle Gelingensbedingung für Bring Your Own Device ist, weil die Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer überall an allen Geräten die gleichen Voraussetzungen erfahren und mit It's Learning, egal ob auf dem Handy, am Tablet, am Laptop oder am Computer, gleich arbeiten können, sowohl zu Hause als auch in der Schule.